Zähl deine Finger lieber nochmal alle nach. Ist ja lustig hier. Das sah eben total geil aus. Zwei Wölfe vor zwei Wölfen. Also die haben drei fette Fleischknochen gehabt, ihre volle Portion 250g Trockenfutter und schon mindestens jeder hat zwei, drei Frickardellen und leckere Knoblauch- und Kräuterbaguettes. Das nennt man jetzt nur noch Gier. Und jetzt ist Feierabend. Und Baby mittendrin, schon muss das sein. Das ist Feierabend. 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 Das ist Feierabend.